Hallo und herzlich willkommen zu Minecraft! Ja, aber der braucht die gleich erst ab, wenn er die Rohre gesetzt hat. Ja, ja, lass den mal machen. Ist egal. Das passt schon. Ich geh in der Wüste. Ich hab mein Inventar schon schön leer gemacht. Hab mir neul Schwert gemacht. Komm ich hier... Mein Gott! Hast du das ganz... Achso, hier, so, ne? Ist ja dunkel, Mann! Bubu machen! Bubu! Bubu! Mann! Ich wollte doch hellcheaten, bevor wir loslegen! Na, 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 und? Was, geht's? Geht's nicht? Nein, die hat doch kein Bubu! Ähm, Bubu! Schnuck, Schnuck! Ah, geht doch! Du sollst öfter... Juhu, plus! Oh! Ey, du sollst öfter... Schnuck, Schnuck, Schnuck! Ah, geht doch! Ach, guck mal, ich hab auch noch hier so zwei Steine, die brauch ich ja auch nicht. Wo war noch mal ein Werkzeug? Ah, die brauchen wir jetzt auch nicht. So. Ich hab ne Axt, ich hab das! So, lass uns rennen! Ist ein weiter Weg! Oh, die Pfeile fliegen uns schon wieder hinterher, ey! Da ist schon wieder... Da ist schon wieder... Da ist schon wieder ein Babyzombie! Jetzt erstmal hier wieder... Was ist denn jetzt hier? Der geht nach da! Ne, das DIR war so eher allgemein gesprochen! Naja... So, Pipes, komm da rein! Boote, Braun, die können hier bleiben! Und da ist Sand ohne Ende! Und äh... Kaktusse! Kaktusse? Kaktusse ist immer gut! Den brauchen wir auf jeden Fall! Da können wir uns ja auch ein paar anpflanzen bei uns, das war... Ja, wir brauchen das ja auch für die, äh... Flüssigkeitspipes! Weiß halt, ich geh jetzt mal in mein... Ich dachte rein, ey! Erstmal Kakteen weg! Denn... Ah, hier ist er! Den nutzen wir jetzt erstmal! Äh... Ja, ich geh mal von aus... A ist... Dann ist meine Scheiße auch weg! Was ist das denn? Was denn? Salpeter! Ich hab Salpeter gefunden! Salpetersäuber? Brauchen wir Salpeter? Weiß es nicht! Nehmen wir mal mit! Ja sicher nehm ich das mit, ähm... Alles mitnehmen! Das ist in der Wüste! Das ist in der Wüste! Ich weiß nicht wofür wir möglicherweise Salpeter brauchen! Da ist Eisen! Das wär mal cool gewesen, wenn ich hier Sufo geben würde! Ich hab hier sogar Eisen vergessen! Jetzt mal was rauszuholen! Oh, da ist Kohle! Kohle ist wichtig! Weil ich hab mir jetzt keine... Dings frei! Ja! Mal hier machen! Kohle! 20 Fakten bereichen! Und ab geht's! Oh! Schmiederkund hat sie erlernt! Aber so was! Hm, jetzt nicht so los! Die gehen ab wie Schmiedskatze, Alter! Mehr wie Schmiedskatze, ey! Jetzt musst du deine Frau auch noch ins Boot holen! Dann können die richtigen Kaffeekränzchen machen! Das schwöre ich schon! Wir haben da nix dazu lachen, ne? Aber ich glaub, die macht das nicht, ne? Oder? Nee, das ist nicht... Spielt die auch! Ah, scheiße! Lava! Scheiße! Scheiße! Schnell zumachen! Alter! Ich hab ein Loch aufgemacht, da kam genau die Lava von oben! Ja! Lava läuft nach unten, aber die läuft die Dingschen halt noch rein! Ist doch irgendwie eigenartig! Was ist das mal noch mitnehmen hier? Ist nicht viel, aber dafür wenig! Oh, hier ist Wasser! Guck mal mehr! Ach, hier ist ne Schlucht! Neue? Könnte ne neue sein! Oder auch nicht! Ich weiß es nicht! Salpeter! Keine Ahnung! Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wofür Salpeter ist? Ich weiß es nicht! Vielleicht wissen wir es bis dahin noch nicht! Folge 22! Heute haben wir hochgeladen, beziehungsweise nicht hochgeladen, sondern freigegeben, Folge 15? Ja! Kann das? Ja, 15! Dann habt ihr auch einen besseren Überblick mal wieder darüber so, wo wir stehen, was ihr seht und wo wir sind. Das verschiebt sich ja auch immer so ein bisschen. Und denkt auf jeden Fall auch daran, mal beim Chris auf den Kanal zu gehen und da die Videos anzuklicken, damit ihr das aus seiner Sicht seht. Ich hoffe, ihr wisst das alle. Noch? Ja? Geh mal von aus! Habt ihr alles in der Beschreibung drin. Ich hab das früher immer so gemacht, das ist völlig geil, das kann ich jedem empfehlen. Beide Videos anmachen. Geht am besten, wenn man zwei Monitore hat. Und dann kann man die parallel gucken. Je nach Situation ist das richtig geil. Ja, das stimmt. Ich hab's auch gemacht, ich fand's so geil. Am besten einmal synchronisieren und bei einem den Ton ausmachen, sodass man nicht beide hat. Das ist ein bisschen suboptimal. So, wie viel hab ich denn jetzt? Ich hab hier... Scheiße Creeper! Fünfeinhalb Stacks reicht das, ja? Sollte reichen, oder? Außerdem hab ich noch 27 Salpeter. Ich hab jetzt keinen Bock mehr. Äh... Deckt mich am Arsch wieder raus, hier zum Creeper. Alter, ist ne neue Höhle. Neue Stucht. Vielleicht geh wieder hoch. Aua! Ist echt die Kack am Dampfen. Guck mal, was ich hier hab. Den war doch gleich mal mit. Was hast du schon wieder gefunden? Äh, Lehm, ne? Bisschen Lehm aus dem Wasser mitgenommen. Wer weiß, wofür das gut ist? Können bestimmt jemand gebrauchen. Die Höhe ist gar nicht mal so schlecht, ey. Wenn wir, wenn wir zum Beispiel, ähm, so ein, so ne Industrial, äh, Steam Engine oder sowas machen, da musst du dann irgendwie, äh, musst du so einen Ofen oder so dabei machen, der den Druck erzeugt, da... Keine Ahnung. Das, äh, das haben die auch... Community-Server haben die das auch gebaut. Aha. Na toll, du hättest das Feld ja auch mal wieder fertig machen können, Kollege, ja? Ja, fertig. Was? Was ist denn da dran fertig? Und ich bepflanze. Ja. Genau. Ja, ich wollte so ein bisschen Arbeit lassen, ey. Ähm. Aber du bist ja der Bauer hier. Echt. Ich bin mal für den groben Sack zuständig. Ah. So, machen wir mal direkt ein bisschen, äh... Ne, das ist falsch. Ach so, ja, die, die Kaktussen, ne? Die Kaktusse? Kaktusse? Ja. Die Kaktusse, äh... Die Kaktusse, äh, werde ich mal ein bisschen verpflanzen. Draußen. Damit wir, äh, äh, bald ganz viel davon haben. Da kann ich nicht noch Eis nehmen wo? Ach da. Packen wir die denn mal hin? Packen wir die hier hin? Brauch ich doch Wasser in der Nähe? Ne, 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 ne. Kein Wasser. Ne, Sand, glaub ich nur. Das war klar. Was der Scheiß gebaut, wie immer. Ach, halt dich zurück, Kollege. Ach. Ich wusste es. Ich wusste es. Er hat doch irgendein Kack gebaut. Gute dich, dass ich ja immer sehe. Nee. Ne? Kann man alles schön verfolgen. Wenn ich Rasen sehe. Ich muss den immer kaputt machen, ey. Wird wahnsinnig. Was sind die kaputte Mäßchen, oja? Du führst den. Ähm. Mach mal zwei dazwischen. Du kriegst auf den Bauch und schneidst den Rasen, ne? Richtig, ey. Ja, mit der Nagelschere, ist richtig. Ja, genau. Was? Oh. Ist da tatsächlich meine Schippe? Aufgegangen. Ja. Nehmen wir jetzt mal halt die Eisenspickzacke. Genial. So. Mach mal so. Genau so. Ah, da wird's schon wieder dunkel. Schon wieder dunkel. Ist aber nicht schlimm. Dann kann ich jetzt mal eben zwei so Montörchen machen. Ja, das wär gut. Dann kannst du die direkt dran setzen. Dann tut's ja besser. Kannst du auch mal bisschen Kohle nachlegen? Ja, ja, ja. Ruhig, ruhig. Äh, wo hab ich denn jetzt? Achso. Drei Pistens hab ich sogar. Komm, ich mach direkt drei davon. Ja, drei hast du auch. Die können wir, die können wir auch anders, äh, anschließen. Die Dinger. Oben, unten. Achso. Dann brauch ich aber noch Zahnrädchen. Ja, Zahnrädchen brauch ich nicht. So, wo sind die denn? Äh, da tapp ich. Äh, ich mach noch ein bisschen Stein. Äh, ich brauch mehr Stein. Wo war der Stein, Kollege? Also Eis, du brauchst nicht zu tief gehen. Alles klar. Nein, festgestellt. Und? Haben wir nicht. Ähm, ich weiß grad nicht. Doch, ich weiß. Ne, Eisen ist eigentlich, eigentlich ist Eisen. Ne, Eisen. Ja. Ja, genau. Ist eigentlich, ne? Das ist halt Peter. Wo pack ich das jetzt rein? Pack mal hier mit rein. Da ist noch Platz. Aber wir können doch ein bisschen nehmen. Können wir noch Hochofen machen, ne? Was können wir machen? Hochofen. Wer braucht doch Lehmziegel. Ja. Ähm. Da können wir Koks brennen. Ja. Wobei ich, äh, ich würde gerne so ein, äh, wie heißt die? Die Engine. Engine. Da gibt's eine. Ich weiß gar nicht. Die Industrial Steam Engine gibt es. Die schafft auch richtig was weg. Es gibt auch die Commercial Steam Engine. Steam Gear, Steam Plate, äh, wobei der mir nicht sagt, wie eine Steam Plate gecraftet wird. Die, ah, dafür brauchst du bestimmt diese Walzmaschine. Ja, weil ich hab immer den, äh, äh, den Hochofen, mach halt mal Koks. Komm, mach mal Koks. Einfach besser Leistung bringt. Und länger hält. So, was haben wir denn jetzt hier? Ich bring mal ein bisschen Kohle mit. Ja, ich hab auch Kohle von unten mit. Mach ich dann sofort da hinten hin. Ich leg mal ein bisschen Holz hier nach. Kann er sofort weitermachen. Äh, hat der überhaupt noch Strom? Das ist jetzt ein bisschen suboptimal, weil man kommt nicht mehr an die, äh, äh, Bedbox so leicht. Ja, das hab ich jetzt auch vorhin gemerkt. Aber man kommt dran, aber es ist nicht leicht. Wie kommst du denn dran, oder? Ich komm dran. Echt? Ja, komm dran. Ich hab vorhin probiert, also ich kam nicht dran. Doch. Geh mal, äh, einfach, äh, bis an das Kabel ran, was hinten ist, und dann guck an der Kiste vorbei zu der Box und dann kannst du drauf zugreifen. Ach so. Es geht tatsächlich. Wenn wir jetzt, wenn wir jetzt, ne, Pipe. Warte mal. Wie gehen die? Sandbox Transport. Das ist alles nicht das, was ich will. Stone Kinetic. Couple Stone Kinetic. Wooden Kinetic. Ich glaub, Wooden Kinetic brauchen wir. Ach, das ist ja super einfach. Und die anderen? Und dann am besten ne Golden, ne? Ah ja, ich seh ja, das mach ich mal eben. Pass mal auf, pass mal auf, ey. Oh nee, egal. Ich mach uns jetzt was Tolles. Okay. Also wahrscheinlich brauchen wir gar nicht so viel, gib mal. Braucht er gar nicht hier machen, kann ich hier so machen. Bam. 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 Höhöh. Huch. Wo ist er mal wieder zurück? Ich hab kein Werkzeug mehr. Alter, ich hab auch... Nein, wie ich jetzt... Machen wir jetzt ganz... Ah! Hier ist ein Skelett! Wo kommt das denn hier rein? Ja. Hör. Warum ist hier ein Skelett? Weil wir das noch nicht zugemacht haben da, ne? Weiß ich nicht. Ja, sicher. Spinne, Skelett. Hier geht die Post ab. Echt? Hast du Spaß? Creeper! Creeper! Da sind mehrere Creeper drin! Die kommen da raus! Ich geh kaputt! Ich hab doch gesagt, du sollst ne Mauer machen. Hast du die nicht gemacht? Alter, kommt der da raus? Kann er wieder heiß, aber ja, ne. Was mach ich denn jetzt? Ich komm da gar nicht dran. Ich komm schon. Alter, das sind Milliarden Creeper! Die sprengen uns hier gleich alles weg! Ich bin schon weg! Ich bin schon weg! Ja, vergiss es! Na gut, der kam jetzt zum Glück nicht da raus, aber ich frag mich tatsächlich, wo dieser... äh, wo dieses Skelett herkam? Kann das hier oben gespawnt sein? Das könnte sein. Aber mit den Creepern, das ist echt, äh, suboptimal. Zum Glück kommen die da grad nicht raus. Ach du Scheiße! Ja! Richtig! So! Alter! Was ist da unten? Ja, jetzt, jetzt, jetzt befördert er sie nach unten. Die kommen jetzt nicht mehr hoch. Ja, jetzt nicht mehr. Ja. Also rein können sie ja sowieso nicht. Ähm, puh, hier ist aber auch kein Platz, ey. Geh mal weg da! Geh mal weg da! Geh weg! Geh mal weg! Ja, vi sorcerert... Geh mal weg, okay! warte hätten die nicht verbinden müssen nein die setzt du nur drauf und oben kommt ein anderer teil drauf ja warte dann mach ich das anders das ist ja auch das ding kommt und dann kommt auch zusätzlich passende pickaxe bei zufällig war nicht mal viel dran aber ich habe erreicht gucken wie weit ich scheiße was dann ja dann reichen die mir wahrscheinlich nicht da muss ich nicht mehr machen jetzt noch nur noch zwei hier ein hin stopp ist ja nicht schlimm die eine kann ja da unten bleiben geh doch mal weg und schon von mir ja ich weiß ich weiß dass ich das falsch gemacht habe so jetzt können wir die nämlich schön aufladen hier ja die treppe ist ein bisschen blöde aber egal bisschen bisschen beengt hier zack 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 da jetzt geht das jetzt geht das schon viel schneller jetzt geht das auch schon viel schneller Alter es sind ja echt die grieber ohne enden ne warte mal ab die werden ja noch warm die sind ja noch nicht warm gelaufen na ich sag es nochmal Jetzt kannst du Holz holen, Junge. Ja, die Creeper sind ja gleich, die sind ja weg eigentlich. Das ist ja uninteressant. Interessiert uns ja nicht. Ja, aber passiert ja auch nichts. Das wollte ich nicht. Ah, jetzt siehst du schon, die laufen schon viel besser, siehst du? Ah, es läuft schon. Kann man auch ein bisschen was sehen. Schade, dass der nicht die die Viecher kaputt macht. Ja, komm, gib Gas, Junge. Ausgezeichnet. Ja, schön. Schön, schön. Können wir mal direkt schon fast wieder Bäume fällen gehen, falls es welche gibt im Angebot, das weiß ich nicht. Ich würde mal jetzt hier noch die Cola reinigen. Es ist schon wieder dunkel, was? Wird das hell oder dunkel? Ich weiß es nicht. Ich weiß es aber auch nicht. Eine Axt haben wir noch. Machen wir mal direkt eine neue. Hier ist schon mal ein Creeper. Hörst du den auch? Ein Creeper? Die hört man ja in der Regel nicht so gut, ne? Nein, nicht Creeper, das ist nett, meint ich. Du hörst ja höchstens mal so Tapsen. Ja. So, endlich kann man sich wieder Sachen aus Eisen bauen, ey. Ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Schön, ne? Ja, schön. Das ist wunderschön. Nicht so schön. Auf zu räumen. Äh, was wollte ich jetzt eigentlich gucken? Ach, wo läuft denn jetzt die ganze Zeit? Was ist denn da? Warum hängt denn hier so ein Stückchen Baum in der Luft? Die ganze Zeit. Ihr sollt wachsen, Kakteen. Kaktusse. Hier hoch. Ach, ey. Gibt das nicht eine automatische Baumfarm? Das wäre das, ehrlich, ey. Hast du nicht, äh... Habe dich voll Bock drauf. Äh... Wenn das irgendeiner weiß, wie das geht mit der automatischen Baumfarm, ob wir das hier drin haben, das weiß ich ja auch nicht. Ja, haben wir, haben wir. Aber welche ist denn das? Das war früher mal anders, ich weiß nicht mehr, wie das geht. Ja, die haben, äh, die Dings haben auch gemühen, die Zauber. Daher weiß ich das. Die haben eine automatische Baumfarm gemacht? Ja. Bist du sicher? Ja. Oh, ich will auch so was. Bin ganz sicher. Brauche ich das hier unten hin? Jetzt habe ich keine... Na toll. Brauche ich hier mit. Weißegal. So, wieder Wahnsinn. Und mit der Axt muss ich jetzt Steine koppeln im Keller. Weil... Was kommt das rein? Zack. Hey. Wer scheiße gebaut, weiß es egal, man schaut da hin. Warum hängt das denn noch da? Wenn du mal irgendwo Lava hast, ja, kannst du mitbringen. Hä? Weil wir müssen Abfalleimer im Keller bauen. Abfalleimer. Ja. Da hinten ist ein Lava an dem Tor. Ja, ich will jetzt raus, sehr dunkel. Ich hab Angst. Dunkel? Ich bin da draußen. Ja. Ich hab auch. Ich hab auch Holz-Haki-Haki. das geht auch das ist auch perfekt das geht mittlerweile haben wir so viele saplings hier sicher wachst du vor meiner nase da musst du echt aufpassen wenn du so viele bäume gepflanzt hast dass da nicht gerade mal einer direkt in dich rein wächst dann hast du echt ein problem ach da stehen kaktusse kaktusse genau jetzt sind sie gewachsen dass er gehört ein hab ich ein hab ich jetzt habe ich kein sand bei sonst hätte man den noch anpflanzen können da ist auch noch sand ach jede menge wenn du verbrauchen kannst warum ist das denn hier schon wieder du weißt dass das verboten ist ne herr boo was ist verboten hier das steht in deinen server regeln ich habe nicht gesehen ja ich weiß alles ich habe nicht gesehen ja ich weiß alles ja das ist immer doof wenn die ja mit der spitzhacke ist das sowieso schwer zu fällen aber ich weiß was du meinst ich brauche ich das auf spitzhacke ey echt so wie viel kohle haben wir hier schon wieder nicht viel was hatte ich denn gesagt ach so ich wollte ja noch ausprobieren ach so eine pumpe wollte ich bauen genau siehst du jetzt weiß ich wieder eine pumpe wollte ich bauen das ist wichtig das mache ich jetzt als nächstes dass wir nicht wahr oh man die sind schon wieder halb leer gefressen hier die dinger welche dinger die mutterchen hier wo die einwand nicht so leer komischerweise warum hat der eine denn habe ich das weniger reingetan gehabt das kann natürlich sein aber ein bisschen bisschen kohle ist auch noch hier unten oder ist auch richtige kohle drin die gehört aber nicht rein ja ja ich habe die extra reingetan warum ist da eine redstone engine drin meine so ja weil ich werde jetzt unten eine partei dahin machen dass die kohle abgesaugt wird verstehst du herr kohle abgesaugt ja das normale kohle verstehst du äh tu was du nicht lassen kannst ich weiß nicht was du da sortierst ich möchte dir da nicht zwischenpumpen mhm pumpe pumpe äh falsch mach doch mal weg pumpe äh wo bin ich dann hier äh ihr nicht die will ich haben ja bin doch falsch iron gear tank ist äh glas iron gear ok äh waren zwei iron gear ne ne einer und zwei glas tanks ach scheiße ich bin stein zu abgerufen haben wir erstmal zwei glas tanks zack holz stein kriegen wir hin eins nur toll wir hätten vielleicht noch eisen nehmen wollen ne so haben wir äh so du hast ja gesagt dann noch vier eisen und ein redstone ok ein redstone irgendwie kriegt koppener ey ich weiß nicht so und so und irgendwie und ne die tanks kamen dahin ne ne nicht hast du jetzt iron gear oben ach ein eimer fritz cola tsch tsch na toll gib her den scheiß ich mache jetzt sogar ein eisen eimer eigentlich hätte ich nicht aufs zinn machen können aber ist ja auch egal so ein pümpchen mh das problem ist dass wir k-k-kaktusse dafür brauchen ne k-k-kaktusse dafür brauchen ne aber äh ist egal ich weiß nicht diese äh ich befürchte dass das dreierwasserbecken vielleicht ein bisschen zu ineffizient dafür ist äh deshalb äh das kann schnell versiegen aber gut in dem fall ist das auch nicht so wichtig wenn das versiegt äh ist aber ein bisschen weit weg naja komm äh äh die habe ich auch die kann kann da dran jetzt mache ich schon wieder einen schalter ist egal kostet ja nix äh und wahrscheinlich sind noch nicht genug kacktehen da weiß nicht so oder äh du bist noch nicht gewachsen fünf stück ich glaube fünf stück reichen auch nur für fünf rohre dann ne 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 das weiß ich gar nicht ich mein schon ich bin mir jetzt nicht sicher mal gucken das nervt mich jetzt auch ein bisschen dass hier oben unser ofen blockiert ist da oben ja der elektrik von nazi achso der elektrik von nazi haben wir hier wo ein eimer ähm ja da oben sind eimer da oben ähm 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 das ist denn eigentlich hier das ding brauchen wir nicht weg äh weil ich für den umweg muss einen Mülleimer bauen dafür bräuchte Lava achso warte mal plattgeklopptet ne ja natürlich davon haben wir auch nicht mehr so viel deshalb achso hast du unsere zuschauer schon gedacht wir jetzt bronze machen können jo bronze geht wieder hab ich euch das schon gesagt äh ja jetzt geht doch so einmal Lava hab ich Tarin Batterien Batterie Ofen Pump Nein ja das ist der scheiße Wort ja ich wollte ich wollte ich wollte eine electric furnace machen und hab einen Generator gebaut äh aber das ist gar nicht so schlimm Generator kann man eigentlich immer mal gebrauchen so war der guck doch so ja so hab ich jetzt mal echt nicht also ich äh du kannst dir ja erstmal eine Axt holen also ich werde sonst echt rappendösig hier sehen wir mal noch was nein so jetzt wird mir ja wahrscheinlich das Material aus dummerweise das ist echt nicht normal ey oder so gerade so um Sackhaaresbreite ähm äh 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 Iron Furnace das haben wir ja ist ja alles da danke dann machen wir uns hier hinten nur ein Käbelchen hin ungefähr so der kommt hier hin und fertig und kriegt kein strom und kriegt kein strom warum nicht oh 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 rein damit ausgezeichnet so Herr Buh ich muss Ihnen eine Mitteilung machen was kommt jetzt 47 hä 47 47 jetzt fragst du dich was du damit anfangen sollst ne ja 47 ne 48 Entschuldigung und das wird mehr hä gigabyte gigabyte kollege gigabyte ach gigabyte sag das doch gleich so und da können wir nämlich genau 5 von machen genau und 5 werden nicht reichen ja komm ran Junge ja ich mach nur noch hier Dings hier so zack zack machst du so hier äh Abfall und so ähm ich möchte gar nicht dass du das wegschmeißt echt Steine ja erstmal weg wir werden so viel Steine kriegen ja aber weißt du Kisten kosten doch nix ey ich mach dir das ich richte dir das ein stell da erstmal ne Kiste hin ja komm scheißegal lass da erstmal reinfallen ist mir egal wir kriegen noch mehr Steine so habt ihr die Kiste schonmal hin die schönen Steine der schöne Sand ey die Kiste brennt die Kiste brennt hast du gesehen hast du gesehen hast du das gesehen ja Lava ist zickig also wenn Holz in der Nähe ist kann das anfangen zu brennen also das ist immer heikel normalerweise ja ich würd sagen vielen dank fürs zuschauen vielen Dank ihr Lieben und ihr wisst schaut dazu denkt an den DTH schaltet auch beim nächsten Mal wenn wieder ein wenns wieder heißt was für ne scheiße ehrlich das Haus ist abgefuckt genau bis dann ihr Lieben Vielen Dank.